Joda und was geht ab jetzt willkommen zu dieser neuen Reaction hier auf meinem Kanal, heute mal eine neue Reaction aus dem Bereich Shogun, denn Shogun und Yuji haben einen neuen Track gedroppt und zwar Mental Illness und da hören wir heute rein nach dem Intro. So, ich würde sagen wir labern gar nicht lange um den heißen Brei herum, wir starten direkt rein, Gib ihn böse Mental Illness von Shogun und Yuji, Gib ihn. Oh, oh yeah, yeah Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich muss sagen, der Anfang war geil. Warte, ich muss mir nochmal den Part Einstieg geben. Oh, 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 das merke ich ja jetzt. Diese Hintergrund-Voice, sag ich jetzt mal. Klingt auch sehr, sehr geil, auch so ein Beat. Vor allem, da das Shogun ist. Bruder. Aber ich bin ehrlich, Shogun, seine Stimme kommt aus solchen Beats immer brutalst geil. Oh Gott, Beat hat auch so einen eigenen Weid, ne? Bin ich ehrlich. Ich habe den Part Einstieg auf den Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wollte mir noch mal den Übergang hingeben, weil der war auch klingelig. Der Übergang von dem, ich sag jetzt mal, lauteren Part, mit dem Beat auch noch, in eben diesen leisen Übergang, in diesen leisen Part hier, klingt halt auch schon krass geil. Ich bin ehrlich, sowas hat er echt drauf, also noch mal mehr in diese Richtung machen, das klingt echt übelst gut. Ich sterbe immer wieder innerlich, ich werde reinkarniert, ja immer wieder ich, ich habe das Gefühl, ich bin vom Macher befallen. Ein unendliches Loch, wann werde ich auch mal? Hast du mich gebrochen? Ist mein Herz gebrochen? Hast du es versprochen? Hab ich mich verloren? Und ich denke heute noch an diese Zeit, dachte, meine Psyche wäre endlich geheilt. Ist sie aber nicht vergehen? Also entweder bin ich gerade, der einfach komplett überhört hat, oder Yuji kam noch nicht. Weil, warte mal, warte mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier am Anfang, das war Yuji, und jetzt hier am Ende, das ist Yuji. Hab ich zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich werde mal in die Kommentare schreiben. Äh, weil ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, weil ich mir zu Yuji nicht so rausgehört, tatsächlich. Okay, doch, das war ich. Ich bin doof. Äh, doch, das ist Yuji. Ich habe es gerade rausgehört. Ich habe gerade die Stunde, äh, mal in einen anderen Song rein gelegt im Kopf, da ich mir ein paar Songs von Yuji gegeben habe. Und jetzt habe ich gerade selber gemerkt, das ist Yuji. Okay, alles klar. Hm, lost. Aber bitte Hashtag Lost in die Kommentare. Danke für nichts an der Stelle. Danke. Danke. Nein, nein, nein. Keine Werbung. dankeschön auf jeden fall sind auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen lust weil ich stimmig so ganz interpretieren konnte wem jetzt welche stimme gehört hat aber am ende habe ich dann noch habe ich da draus gehört ja würde ich würde sagen das war's mit dem mit dieser reaktion wenn es euch gefallen hat das gerne like und abo da link zum song ist unten in der video beschreibung kennt man ja und dann würde ich sagen hau da rein bis zum nächsten mal bis denn tschüssi